Aufgabe 101 Mittelwert und Effektivwert, Aufgabe A trivial, wir schauen uns Aufgabe B und C an, wie man diese in MATLAB löst oder lösen könnte, was so eine Möglichkeit wäre. Ich mache am Anfang wieder ein Clear All und ein Close All und definiere jetzt auch Zeiten und sage mir wieder, was wäre so eine sinnvolle Anzahl von Zeiten. Dann nehme ich wieder so wie eben 101 und lege jetzt mal irgendeine Periodendauer fest. Ich nehme mal zwei Sekunden, irgendeinen Wert und baue mir jetzt halt Zeiten hin. Und dann nehme ich wieder so einen Linz-Space, so einen linear gestuften Vektor von 0 bis T über meine Periodendauer, also damit ich hier diesen Bereich abbilden kann und nehme da jetzt genau diese 100 Punkte, packen Sie mir Kohlen hinter, dass ich das nicht auf die Kommandozeile ausgebe. So, und jetzt ist so ein Ding, wenn ich jetzt das Gleiche machen würde wie bei der Aufgabe 100 B, da irgendwie so eine Funktion nutzen, ich kenne jetzt keine Funktion in MATLAB, die halt hier so ein Trapez macht. Also es wäre eine Idee, ich baue mir das so stückchenweise zusammen, also ich fange an mit einem Punkt 0 und 0. So, also ich mache jetzt mal so U, also T Punkte und suche mir mal so ein paar charakteristische Punkte raus, ist nämlich 0, dann wäre der nächste Punkt der hier, T Viertel, dann wäre der nächste Punkt T Halbe. Naja, und bei T Halbe passieren eigentlich zwei Sachen, also hier bleibt das ja hier oben und dann geht das halt so ein bisschen runter. Also mache ich mal T Halbe plus irgendwie was ganz Kleines im Vergleich zu T, ich nehme mal T mal 10 hoch minus 6, oder vielleicht schreibe ich das mal so, plus T, ein Millionstel T, sodass das hier super steil runter geht. Und dann wäre der nächste charakteristische Punkt, wäre der hier hinten bei Groß T, wo mein nächster Knickpunkt wäre. So, das sind meine Zeitpunkte, die ich jetzt hier abgelesen habe aus der Funktion, jetzt brauche ich noch die Spannungen dazu. Und die Spannungen lese ich auch ab, also hier vorne bei dem Punkt ist das eine 0, dann ist das U-Dach. Nenne ich mal tatsächlich vielleicht U-Dach, dann wäre ich beim nächsten Punkt, direkt an dem Periode wäre ich immer noch bei U-Dach. Dann springe ich runter auf 0 und dann bleibe ich bei 0 bis zum letzten Punkt. So, und jetzt müsste ich noch hier oben mal das U-Dach geben und sage U-Dach sind wieder mal 10 Volt zum Beispiel. So, und jetzt könnte ich schon mal die Zeitfunktion grafisch darstellen. Also ich mache mal Plot und nehme mal dieses T-Punkte und U-Punkte. Und baue wieder eine Achsenbeschriftung hin, sage, das hier ist die Zeit in Sekunden und an der Y-Achse, das ist die Spannung in Volt und ich packe noch ein Gitternetz dazu. So, und lasse das mal ausführen, jetzt fragt er mich nach dem Lateinamen, jetzt nenne ich das Aufgabe 101b. Und lasse das ausführen und dann sollte irgendwo wieder ein Plotfenster erscheinen. Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Die Periodendauer sind 2 Sekunden, eine Viertelperiodendauer wäre also 0,5 Sekunden. In der Zeit steigt das auf 10 Volt an, dann bleibt das bei 10 Volt. Das war meine Spannung im Dach, dann fällt es auf 0 runter und bleibt halt bis 2 hier. So, naja, und jetzt habe ich aber so ein bisschen das Problem, dass wenn ich jetzt direkt da jetzt einen Mittelwert ausrechnen würde, ich kann das ja mal wieder so tun, Minen von U-Punkte, dann kann man sich schon ein bisschen vorstellen, was der jetzt halt macht, das MATLAB. Naja, es rechnet einfach den Mittelwert von diesem, von dem Vektor hier aus. Und da steht halt eine 0 drin, 10, 10, eine 0 und eine 0. Das sind zusammen 10 und das sind 5 Punkte. 10 durch 5 macht, also die 10 plus 10 sind 20, also 20 durch 5, da wird 4 rauskommen. So, da kommt auch 4 raus, aber 4 ist nicht der Mittelwert, der hier rauskommt. Wir können ja mal kurz in der Ergebniskontrolle springen, es geht ja jetzt nicht darum, das hier auszurechnen, sondern zu gucken. Und dann kommen hier 3 Volt raus, 3 Volt für die Mittelwert. Das können wir vielleicht mal kurz uns auch überlegen. Achso, warum sind hier, ja, hier ist was anderes, 8 Volt, hier sind halt einfach andere Zahlenwerte. Da müssen wir vielleicht nochmal schauen. Weil klar, die 10 Volt sind jetzt irgendwie relativ beliebig vermutlich, die ich genommen habe. Also U-Dach soll 8 Volt sein. Ja, okay. Also nehmen wir hier 8 Volt und lassen das mal ausführen und dann nochmal den Mittelwert ausrechnen. Und dann kommen da halt 3,2 Volt raus und nicht 3 Volt. Jetzt kann man sich fragen, warum soll da halt 3 Volt raus, nicht 3,2 Volt. Gut, naja, also wenn ich hier vorne in diesen Bereichen den Mittelwert ausrechnen würde, dann wäre der Mittelwert halt bei 4. Ja, kann man sich das überlegen. Also in dem ersten Viertel oder hier vorne wäre der Mittelwert bei 4. Hier in dem zweiten Viertel wäre der Mittelwert bei 8. Habe ich 2 und 8 sind 12. In dem Viertel ist gar nichts, in dem Viertel ist gar nichts. Jetzt habe ich halt 2 und 4 und 8 sind 12 und 12 durch 4, weil es ja jeweils, also weil es 4 Viertel sind, macht halt 3. Man kann das natürlich auch irgendwie ganz lang ausrechnen hier mit Integral hier rüber und Integral über diese Funktion, aber 3 ist auf jeden Fall richtig, die da rauskommen. So, hier kommen keine 3 raus, hier kommen 3,2 raus. Ja, woran liegt das? Und eigentlich fehlt uns noch ein Punkt hier nochmal, der das halt hier irgendwie auf 0 runterzieht. Und so richtig passt das halt nicht. Also, weil wir halt nur hier einen Punkt haben, hier einen Punkt haben, hier einen Punkt haben, hier gleich nochmal einen Punkt haben und den letzten Punkt erst wieder hier hinten. Die Punkte sind halt ungleichmäßig über diese Zeitfunktionen verteilt, die müssten aber gleichmäßig verteilt sein. Wir bräuchten viele Punkte hier, überall entlang hier bräuchten wir Punkte, gibt aber nur einen Punkt hier oben und diesen Punkt hier. Und hier gibt es einen Punkt, wenn ich da so daneben markert, der mir die immer an. Hier unten gibt es einen Punkt und hier hinten gibt es einen Punkt. Ich müsste die Punkte jetzt über diese ganze Strecke verteilen. Und da gibt es einen Trick für, der das macht und der nennt sich Interpolation. Also gucke ich mal, help inter p und weil ich ein Limitsignal interpolieren will, brauche ich da auch nur eins hinter. Und gucke mir das mal an und dann steht hier da, das macht Interpolation. Wo steht das hier? Ganz oben. Lange Hilfe. 1D Interpolation. So, und das interpoliert mir jetzt die Werte von V als Funktion von X. Ja, das ist sozusagen die grobe Funktion, die ich jetzt punktweise gegeben habe an den feingestuften Punkten X, Q. Und dann kriege ich ein feingestuftes U raus oder V hier in dem Fall. So, das sind die groben Punkte. Das ist das feingestufte T und genau das mache ich jetzt mit dem interpolieren. Also sagen wir das U, B wieder, so wie in der Aufgabe schon zuvor. Das kriege ich halt raus aus Inter P1. So, und jetzt muss ich gucken. Also das grobe T-Punkte, dann das grobe U-Punkte und dann das feingestufte T. Und dann kriege ich ein feingestuftes B raus. Und das packe ich jetzt mal hier drüber. Das ist das interpolieren. Und jetzt kann ich das ja nochmal plotten. Mit T und U, B. Ja, und dann bräuchte ich vielleicht noch eine Legende. Und in die Legende packe ich halt rein, dass das erste ist halt punktweise. Und ich kann vielleicht mal noch diese Punkte hier angeben. Ich glaube, das geht, wenn ich das mit Strichkreis mache. Zum Beispiel macht er mir an die Punkte Kreise dran. Und das zweite hier wäre eben das interpolierte. So, Attacke. Vielleicht ist es auch keine schlaue Idee, das Diagramm jetzt mal zu schließen, aber egal. So, hier ist die punktweise Funktion, die wir vorher gegeben haben, in blau. Und die interpolierte ist jetzt die rote. Ja, und da sieht man, die hat jetzt auch wieder so ein bisschen dieses Problem bekommen. Die hat jetzt diesen ähnlichen Anstieg. Aber gut, das liegt halt an meinem Gitter von den Punkten. Die geht jetzt nicht mehr so ganz perfekt runter. Was für die Berechnung des Mittelwertes aber jetzt an der Stelle im Prinzip auch egal sein sollte. So, und jetzt kann ich von dieser interpolierten Funktion den Mittelwert ausrechnen. Ich nehme jetzt mal hier oben das Close-All weg, dass das Plotfensterchen nicht immer sich verschiebt. Und rechne mal jetzt den Mittelwert aus von dem UB. Und dann kommen da jetzt nicht exakt 3 Volt raus, sondern 3,00 oder 3,01. Und das liegt jetzt, wie schon bei Aufgabe 100b besprochen, wieder daran, dass der letzte Punkt hier doppelt ist. Also hier, wir starten mit 0 und wir enden bei 0 und der Punkt hier hinten, der zählt halt doppelt. Und deshalb, ja, obwohl, wenn der eigentlich doppelt zählt, müsste er eigentlich uns den Mittelwert noch runterziehen. Also wahrscheinlich ist eher das Problem, dass dieser Punkt hier halt auch, dass der halt doppelt zählt. Wahrscheinlich müsste der, müssten wir eigentlich eher so machen, dass, probieren wir das mal, dass das bis zu einem Minus davor da so ist. Also ich baue mal wieder, baue mal wieder eine Funktion, die uns halt hier den Mittelwert ausgibt mit einem Disp, der Mittelwert von dem, was wir da ausgerechnet haben, nam to String von dem Min von UB in der Einheit Volt. Das gibt uns den Mittelwert raus. So, mal gucken, ob wir jetzt dichter an die, jetzt sind wir bei 2,9, das ist ja eigentlich noch größerer Fehler. Jetzt können wir gucken, jetzt ist halt der, der Einstieg hier vor. Also das ist natürlich ein Problem, dass wir diesen Perfekt-Steineinstieg hier nicht hinbekommen. Wir machen mal wieder den letzten Punkt weg, indem wir sagen, Tend ist weg. So, und dann würde ich mal vermuten, dass wir jetzt da relativ dicht an die 3 rankommen. Naja, ist aber auch nicht viel besser. Also eigentlich war es so, wie wir es vorher hatten, schon ziemlich gut. Dann lassen wir das mal so, wie es ist, schieben das hier wieder nach hinten weg. Also diesen perfekt steilen Abfall und Anstieg, den kriegt man da halt nicht hin. Aber so die Idee wäre, wenn wir jetzt da 1001 draus machen, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler. Also Moment, wir gucken noch mal kurz hin. Jetzt sind wir bei den 100, bei den 3, irgendwas. Wenn ich jetzt noch mal den letzten Punkt wegmache. Also klar, ist dann eine 0 weniger, aber teilen auch durch weniger Punkte. Vielleicht erhöht das die Genauigkeit noch mal. Nein, macht sie nicht. Dann sind wir eher, es wird der Fehler eher größer. Also das ist jetzt definitiv ein Problem hier an diesem Punkt. Eigentlich müsste man wahrscheinlich hier so einen Punkt genau in die Mitte setzen, der halt sagt, an der Stelle 1, eine Sekunde, also bei t halbe, das mache ich jetzt gleich noch mal, dass wir genau dann bei u dach halbe sind. Das wäre bestimmt total schlau, das so zu tun, um diesen Fehler klein zu machen. Also wir nehmen den letzten Punkt weg und bauen uns hier noch einen Punkt dazwischen. Nämlich so, wie ich das gerade schon mal hatte. t halbe minus t millionstel. Und da soll es u dach sein. Und dann genau an der Hälfte wollen wir halt u dach halbe haben. Also gucken wir mal an, wie das so aussieht. Oha, jetzt ist aber irgendwas ganz kaputt. t viertel. Ja, ach so, ich habe das u dach halbe zu spät eingefügt. Hier muss das u dach halbe hin. Sorry for that. Sieht auch total komisch aus. Immer schlau, das zu plotten, dann sieht man nämlich sofort. Ja, und sieh da, jetzt kommen wir super auf die 3 Volt. Also jetzt passt das perfekt. Jetzt sieht man, wir haben hier so einen Punkt in die Mitte gelegt, sodass wir halt weder drüber liegen noch drunter liegen, sondern das irgendwie sehr, sehr, sehr gut machen. Also, wir sind noch bei dem Punkt, wenn man das im Matlab macht, man muss wissen, was man tut, damit man hier auf gute, vernünftige Ergebnisse kommt. Und gerade bei so eigentlich relativ einfachen, aber dann trotzdem schon vergleichsweise kniffligen Funktionen. Okay, dann fehlt uns hier nur noch zu unserem Glück der Effektivwert. Schreibe ich hier mal hin. Effektivwert. Und was brauchen wir da wieder? Wir müssen das hier nehmen und elementweise quadrieren. Dann mitteln und dann schlussendlich die Quadratwurzel ziehen. Und dann kann ich das direkt ausgeben. Und dann kommen da 4,602 Volt raus. Und dann können wir nochmal hier die Ergebniskontrolle bemühen. Und dann steht da hoffentlich genau das 4,602 Volt. Oder eigentlich 4,60 Volt eigentlich, wenn ich das jetzt... Also, irgendwie erscheint mir das hier an der Stelle falsch. Aber das kann jetzt natürlich auch so ein bisschen sein. Vielleicht haben wir da jetzt auch noch nicht genug Punkte. Nehmen wir mal ruhig 1001. Und gucken. Ja, dann sieht man, da konvergieren wir jetzt hier doch nochmal ein bisschen dichter dran. Also, da sieht man, da ist dann bei unserem Anstieg und jetzt... Der Anstieg muss dann hier doch ein bisschen steiler sein, damit das für den Effektivwert halt gut und richtig passt. Also, jetzt kommen wir hier an die 4,62 ganz gut ran. Okay, schöne Lösung von der Aufgabe 101B in MATLAB.